was denn jetzt von ungewohnt ohne die stick erhöhung auch unlogisch der bus einer der fliegt durch die karte aber landet mit auf der karte ich weiß nicht ob ich mit der tastatur spielen kann weil die so flach ist das muss schon eine mechanische sein da ist das ungewohnt sie kannst jetzt mal sterben danke da vor dir links läuft ein berg hoch schnapp ihn dir doch der gleich so viel holz gefahren dass er den schiebenturm von pisa bauen kann moin mit jahr du alter kupferstecher was geht bei dich steht ja immer wieder sonntags da geht es richtig los so heißt mein titel bei youtube läuft also hat es bis jetzt auch keine internet abbrüche oder was hier mal sie guckt sich das mal ganz gezogen an schnapp ihn dir doch nimm schrot na sei doch so läuft das nimm die blaue ok gibt dir nur ein paar tipps da vorne sind sie mal links rechts geradeaus vorne hinten er fickt sie beide ja natürlich mann sag mal brennst du eine die die ausrasten könnte ich ich krieg wieder nichts geschissen du kriegst immer was geschissen eiler auf was spielst du eigentlich für eine empfindlichkeit man sag mal guck mal gleich bitte deine einstellung nach mach doch einen turm tisch muss geleimt werden knatscht ja das habe ich mir auch gefragt damit ja jetzt kannst du ein bisschen was vom marcy abgucken was machst du mir jetzt mach du da auch noch ja 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 ich so hallo hallo also oh du wixer ich hab mich voll erschraubt bleib da ist ein loot drop da fliegen zwei Oskar die kommen von rechts die bauen sich jetzt da ein glaube ich ja lass ihn mal muss von hinten kommen na sie macht das schon pass auf da wo du jetzt lang gehst kommt die zone schneller ne vorne sind sie auf dem ügel lass ihn mal machen das nächste dir von hinten oder so hast du genug granaten munition die bauen sich hoch die bauen sich hoch rechts ja jetzt bist du nur noch mit den beiden mach die platt die bauen sich hoch dann die bauen sich hoch dann 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 als Da sind wieder Baukünstler. Aber ganz schön. Er baut hoch, ne? Wartest du nun auf den richtigen Zeitpunkt? Ja, natürlich, er baut sich hoch. Los, jetzt mach fertig. Ja. Oh man. Alter. Ja. 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 War aber nicht schlecht. Ja. 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 Ja, okay. Okay, ich auch. Ich bin auch. Ich bin auch. Okay, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist auch einer Soll ich nehmen einen Raketenwerfer oder du? Nee, nehme schon die Sniper Passt schon Da ist auch noch eine Sniper Eeeeeh shieldy mitnehmen Guck mal, wir sind sogar noch in der Safe-Zone. Lass mal hierbleiben noch so lange. Bist du sicher? Oh, ich krieg falsche Masse mit. Ja, warte. Oh, blauer Schrot gefunden. Und ein Lagerfeuer. Guck mal. Oh, das ruckelt immer, ne? Das nervt, alter. Warte, er kommt. Kappen. Sauber. Ich hab lila, ne Ska. Bin mal grad saufguck. Ja, komm her. Hier unten. Hier, da sind, da sind auch welche. Da liegen welche. Und hier. Ih, nein. Das war meine. Hast du Sniper-Money genug? Hast du? Hier vorne, da. Es kommt jemand. Oder? Ich dachte grad. Ne, schon gut. Ich dachte. Alle Waffen nachladen. 256. Ja, wo wir sind jetzt, das ist langsamer. Ja, da hinten kommen zwei Loot-Drops. Ihr spielt in Tilded ab. Oh. 324. Ich glaub, die bauen sich da hoch. Oder? Bin erst mal im Gebüsch. Ja, lasst mal, lasst mal, lasst mal, lasst mal. Moin. Moin. Hallo? Er schreit voll rum. Hallo? Hallo? Ah. Ein Titi. Wollen wir, ey, wollen wir uns nicht nochmal schnell auf den Berg hochbauen, bevor die das machen? Was ist denn da jetzt? Okay, dann kann ich ja nochmal tötet. Wie ist denn da, wie ist denn da, wie ist denn da? Ja. Ich bin noch auf dem Weg. Das sind aber schon derbe Beleidigungen hier. Ich glaube ich muss wieder gehen. Okay. Marci, willst du das jetzt echt riskieren? Was baust du denn hin, Mann? Schön, wenn man weisen ist, ne? Ah, er baut Dings. Sauber. Willst du die haben, die goldene Scar? Jetzt, jetzt. Ich weiß nicht gerade. Ja, warte, ich komme. Zwei nur noch, zwei Gegner. Komm, wir machen jetzt gerade einen epischen. Warte, Marci. Warte. Warte. So gut. Wuh. Ich werde immer so nervös, wenn ich so einen Gegner vor mir stehen habe und so, dann wird es mir richtig kribbelig. Ja, sauber. Ja, zielgenauigkeit. 33%. Hm, ein bisschen schlecht, ne? Ja. Ja, wollen Patrick und Marci mitspielen? Ja, wollen sie. Aber noch kann ich nicht beitreten, weil noch steht, ihr seid noch unter uns. Ah, okay. Sind sogar sieben übrig. Sei in Team Matches unter den letzten dreien. Na gut. So, jetzt könnte er. Was sagst du so? Warum hast du die Gruppe verlassen? Ja, jetzt ist er mir bei uns geht, ja. Halt, stopp. Ja, den habe ich mir leider nicht geholt, weil wir im Tag haben wir dieses Spiel belassen. Aber da komme ich schon. Ja, da klatsche ich mal drauf. Patrick, hast du dir John Wick freigeschaltet, freigekauft? Nein. Basti holt sich erstmal die Rock-Göhre. Ja, die sieht schon gut aus. Die hat halt eine Gitarre hinten drauf. Kannst dann John Wick drauf machen. Dann noch die Mega-Hacke mit dem. Ja, ich will die. Ah, immer Geld reinbuttern. Epic Games braucht das. Das ist ja nur um das Spiel zu supporten. Das ist ja nicht, wenn man das haben will. Naja. Tja, Marci, jetzt musst du leider auch John Wick freischalten. Ja, super, toll. Jetzt müssen wir nicht wieder durchziehen, oder was? Ja, ja. Also ich hoffe, du hast mindestens 100 wins, dann spiele ich nicht mit dir. Halt die Backen. Wer hat gerade noch am Ende einen Adler gemacht. Hier. Iiiiii? Aua. Schiefti? Schiefti? Ne Schiefti. hallo ich habe gestimmt sehr gut okay ich bin ja meistens nur der was sie kann mit dem leuten reden typ leider ja nee der war immer noch der wollte nicht mehr ja ich bin ja komplett schnell und wir schauen jetzt schnell dran was die jetzt frau und frau wir gehen ins v das ist alles hier voll weit hinten und der neue skin das kinder wie für den einen also ich finde die galt hat rika lässt hier in zweiter er kann den auch ganz nah ist ja siehst du hast ihn geholt noch nicht oder sniper das wollte ich immer mal schaffen ja noch nicht geschafft verlassen so leck so extrem der leck zu übel sind so viele sind kann sein diashow ausmachen so Jawohl. Na und jetzt? oh mein gott ja wahrscheinlich oben 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 auf dem dach da kommt noch einer ja er finischt mit der wohnsohn ich weiß so viele schritte nein ich weiß gar nicht wo die wegkommt der kommt also doch kein tt aber kein blitzschnell doch ich mag ich habe da mit keinem problem ja ist ja gut er tippelt alle wochen er ist ziemlich schnell du hast mal kein blitzschnell gespielt das ist der geilste modus überhaupt ja also ich spiel halt solo die ganze zeit blitzschnell weil es geht halt schnell ja ja am Anfang jetzt die zone ich mach jetzt mal karte auf dann siehst die zone schon klar und die zone geht halt auch schon los ist halt zwischen den zonen schneller eigentlich können die leute halt immer so hochkämpfen dann gehen wir vorne zu den häusern was sie die zone läuft doch schon was willst du denn da oben ja denn es fliegt immer bis dahinten hin ja du kannst ja während du fliegst auch schon aus der zone rausfliegen das schaden ziemlich nice macht schon Spaß ja deswegen macht der modus ja so einen spaß es gibt halt nicht so viel geschwitzerei jetzt fliegt zum beispiel niemand da unten Lucky Landing Greasy da geht halt keiner hin Greasy aber willst du nur in meinem haus ja das geht im Gegend alles klar ob hier ist keiner mitten rum ist bei mir ist einer ich sehe dich nicht mehr auf meiner karte wo bist denn du ganz ach du Schande ey jetzt soll ich da hinlaufen ok ok hier ist auch noch einer bei mir dann fliegst du noch so weit weg ach mach mach das nicht dazwischen werden noch welche sein ja ok den ist versteckt hier der ist versteckt hier alter da snapt einer uha ne guck mal uns die vor uns Marci ja die 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 ist gerade wach uha alter wie kann der so gut hat er sich verdient sagste ja hat er sich verdient sagste ja hat er sich verdient sagste hier ist ja hier ja direkt vor ja mhm ja mhm ja 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 vom turm kommen noch könnten zwei kommen ne die müssen hierher die können aber auch in Wald gelaufen sein ja die sind schon da die sind schon da zurück 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 gucken der snipet gleich wieder der hat sich da hoch gebaut am Eiswagen wo ist er denn ich kann doch Schiss auf euch 0 2 0 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jetzt halt so ein Snipen ist ein Dreckskind. Ja, alles klar, dann geh ich jetzt von hinten mal Kiste klären und so. Ja eben. Ich hab noch kein Material mehr, hab mir gedacht, Wailing Woods, das bietet sich ja an. Ist der hinterm Hügel oder was, Masi, oder wo? Keine Ahnung. Was ist denn? Jeder gestreckte Fahrer da. Mein Gott, Alter. Ich will ja fällig. Aber der eine müsste noch leben. Der hat sich bestimmt in den Büsch versteckt. Der hat sich an der Treppe in den Himmel gebaut. Wir passen auch noch mal. Ich brauch Schrot-Munition. Der ist bestimmt im Wald rein. Ja, jetzt stirb doch, Mann. Mann, 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 Mann. Ja, wir kommen zu dir. Mach kein Auge. Alles gut. 14 HP. Falls sich da gerade einer hochgebaut hat, fällt er gleich runter. Und? Da fünft die Sieger aber runtergefallen ist. Ne, hat keiner Landung vermasselt oder sowas. Und da hat auch keiner was zum Heilen, ne? Ne. Ich hab kein Jump-Hit, kein Nix. Echt traurig. Guck mal, ob er uns lohnt, wie einer kommt. Gucken wir mal, ob er uns lohnt, wie einer kommt. das klingt aber noch was sinnvoll da hinten auf 344 kommt der und da sind wir hergekommen da kann keiner sein ganz schön viel lichtung hier ja so sieht so aus ich will den babo tragen wieder ein kleines schilder da ist auch noch ein loot drop auf sw auf mügel sw 204 ich brauche schrot man ich habe nur schuss ich brauche aber auch für den raketenwerfer ja der loot drop ist gleich runtergeschossen ja ja dann ich bin links von der gegen nehm ah verdammt ich fall noch runter ich fall noch runter damit der mist tot meine fresse und bei sweats am baum ja geil gebaut da will ich nicht steck zum himmel ich mag ihn nicht was ich mag ihn nicht Patrick hast du noch Dings Medikit oder sowas ach guck mal du brauchst selber ich nehme das Schlörf ich nehme das Medikit ich habe ihn noch vorne ich habe ihn noch vorne ich habe ihn noch vorne ich habe ihn noch noch mal hast du was gesagt ich habe ihn noch aber irgendwie habe ich da schon Lust zu den Mist machst du nicht aber ich glaube das verätzt einem die Haut oder so ich glaube das verätzt einem die Haut ja keine Ahnung wie die heißen ich denke das halt die Qualität der Internetvermittlung reicht derzeit nicht aus um das Spiel zu übertragen leck mir die Nüsse ja du klinkst ja schon wieder wie ein Roboter kann du den nicht ja ach ok ich kenne den damals Totentelefone genauso klink das ist in Ordnung R2D2 Lucky Landing oder was oder Shifty Ich würde Shifty sagen, Shifty, Shifty. Also Shifty oder was? Ich sehe noch nicht mal, wo wir reinfliegen, wenn ich gleich weg bin. Boah, ich auch so geile Setter. Geht. Ich habe noch nicht rausgeguckt. Ja, bei uns sind den ganzen Tag die Jalousien zu. Also wir sind halt Kellerkänner und versuchen diesen Modus möglichst lang irgendwie beizubehalten. Seid doch ehrlich, ihr seid Vampire. Ich bin zwar unter, Basti, aber ich glaube, ich komme nicht weit genug. Doch komme ich. Ja, ich flieg gleich unten durch. Oder fliegst du unten rein? Ja, ich bin durch und mitgerauten. Ja. 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 Ich kann einen kleinen Trank und einen Schlürf gern bieten. Ja. 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 Ich würde mich über eine AR freuen, wenn jemand etwas findet. Ja. 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 Ich will gar nicht. Kann ich mal Waffen sortieren hier. Ja, schnacken wir lieber tiltet weg oder rennen wir jetzt einfach mal blind drüber? Ja, weil wir müssen ja alle da unten durch. Hat jemand einen Granatenwerfer? Ich habe Granatenwerfer, Munition oder Raketen. Ja, die laufen schon alle weg, sagen nicht mehr Bescheid. Siehst du, da vorne ist schon der erste mit dem Jumppad rüber, auf NO, zwischen den Felsen rein. Ja, der schießt auf den, der hier gerade weggesprungen ist. Er baut sich hier. Ich brauche ein Sturmgewehr, ich habe kein Sturmgewehr. Er baut sich da unten weg ein. Von hinten wird auch geschossen. Von NW, 300. Noch was. Lass uns seine Base hier. Äh, war das Jumppad kaputt hier? Kommen sie damit schon mal nicht rüber. Ey, ich brauche ein Sturmgewehr, verdammt. Da unten liegt eine graue AR. Da habe ich gerade gegen eine blaue getauscht. Oh, das ist noch Kischte. Könnt ihr was sehen? Könnt ihr? Nein, ich habe es zuerst gesehen, dass die Fahrt kam. Deswegen habe ich es zuerst gesagt. Es kommen welche von hinten mit Jumppad. Auf W287. Ja. Ja klar. Die ganzen Tiltekinder. Wollen wir die ein bisschen aufhalten? Ein bisschen? Die sind in unserer Base. Der links macht auch gut. Oh, was ist das? Aber clever, ey. Der links macht auch gut. Die müssen kommen. Die müssen mehr in Zone als wir. Komm, zurück, zurück, zurück. Es passiert nichts. Hoppen. Ah, shit. Schöne Loot. Egal, ich gehe trotzdem rein. Gut. Und gerade schnell. Guck mal, ob da irgendwo Lagerfeuer ist oder sowas. Ja, ich habe Lagerfeuer. So, ich gehe wieder rein. Ich habe Lagerfeuer. Juppalü. Sonst ist hier nichts. Und hier Blauer Burst. Ja, sonst. Nein, nein, nein. Geh in die Zone und stirb wieder. Dann kommst du mit 30 wieder rein. Wir müssen ja nicht so weit. Übertreib doch nicht so, Dennis. Hä? Ja, sicher, sicher, ne? Ja, dann warte bis die Lagerfeuer haben. Und dann brauche ich Treppe. Komm rein hier. Komm rüber. Okay. Ja, ich sehe das schon. Aber es ist eigentlich gut. Weißt du, was wir eigentlich machen müssen? Das haben wir jetzt gerade eben gemacht. Ihr habt die Leute so ein bisschen beschäftigt. Beschäftigt und ich bin dann von links gekommen und habe die ein bisschen auch beschäftigt. Komm, lass uns den dritten Platz machen. Den brauche ich nämlich noch. Für meinen Hänge-Gleiter. Müssen wir dann sterben? Oh, Mann. Wo? Ja, ist aber schon. Da war es. Ich habe Jump-Head mitgenommen. Ja, ist ein Busch. Die haben sich schon hochgebaut auf NO. Ja, jetzt sind wir schon geliefert. Ja, die werden gerade gepusht auf NO. Und links sind auch welche. Ja, ich sehe es. Na, lass mal hier so hin. Die müssen eh in die Richtung SO. Lass mal Richtung. Ja, genau. Ja, ja. Ich brauche ein anderes Sturmgewehr. Verflickst nochmal. Habt ihr die da hinten? Ja. Dahinter kommt noch einer? Der hinter läuft noch einer. Hier oben liegt... Ah, nee. Ich kann nicht stacken. Ich habe... Ja, ich habe Jump-Head. Okay, dann komme ich zu euch und baue Jump-Head in der Nähe, oder? Ja, da läuft noch ein Feind, ne? Ja, geht mit Jump-Head. Jump-Head, Jump-Head. Hab ihn. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Äh, Medi kann ich stacken. Okay, es sind drei. Ich habe jetzt drei Medis. Ich brauche noch ein Schild. Ja, Hauptsache Zone. Mhm. Ja, wir sind doch gleich Zone hier. Lass ihr vorne ans Haus gehen und dann brauchen wir uns hier irgendwas Schildes. Hat jemand noch Granat-Munition oder sowas? Ich habe selbst Paketenwerfer. Achso. Hier, noch eins brauchst du nicht. Ich mache nach hinten weg noch einen Jump-Head. Sonst leben auch nicht mehr viele, ne? So, jetzt sind nur noch fünf. Also ein einzelner und ein Vierer-Team wahrscheinlich. Gucken, wo Zone hingeht. Oh, wir sind gut. Aber ich hätte gerne den High-Ground da oben, da bei den Häusern. Äh, Feind auf SO hinterm Baum. Also, noch weit weg. Ganz hinten am anderen Ende der Zone. War ein lila Teddy. Boah, mal weiter. Boah, mal weiter. der fliegt mit jumprecht der eine habe ich gesehen hat ein adler gemacht die fläche wurden vom sturm erwischt ich brauche mehr munition ja millionen es sind nur noch zwei ja 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 Ah, wir hatten viel halt mal. Wir hätten eigentlich früher sterben gesagt, denn das wollte ich nicht mehr sagen. Hahaha. Nein, unter den letzten dreien soll ich sein. Ich war ein bisschen. Ja, und den Modus ändern. Allein, dass man es immer noch wieder ändern muss. Ich dachte, das ist weg. Hm. Ja. Ja. Ich hab meine schon fast ab. Ich wollte was sagen. Ja, ey, mein Tempo hinlegs. Da stopft ihr doch 10. Oder 20. Oder 100. Ja, das hat sonst nichts zu tun. Kannst du doch mal beim Fernsehen gucken, wenn du so 100 Stück stoppen. Er hat doch einen A2,50. Warum nimmt er das denn ab? Ja. Zum Thema schlechten Wetter, ich stehe im T-Shirt draußen. Ja, das ist geil. Ja. Wobei, sie haben gerade erst erzählt, dass Dienstag wieder schneiden soll. Oh mein, putz euch. Hast du wieder, also welches Level bist du? 78. 78. Warte, du? Auch 78. Nicht 12.000, ich hab völlig schon halb. Ich wollte gerade sagen, was hast du nur 83 gemacht? Was? Ja? Na, du bist nicht 38. Was? Ich hab dich. Papa, das ist super kalt. Dafür bin ich im Solo ohne ein Holger. Ja, Solo spiel ich auch noch nicht. Jetzt vielleicht. Kein anderer mit mir spielt. Ja, eh. Ich kann es von hier aus, beim besten Willen nicht erkennen, wieviel du bist. Ja, das ist etwas belastend, ja. Wir beide sehen uns nicht in dem besten Willen, das ist ganz toll. Wir haben meine Freundin, der ist Solo, das ist Droh. Übmodus Solo, 122.000. Und unter meinen Freunden bin ich auch damit breitfahre, der zweite hat jetzt 63. Ja, wahrscheinlich werden wir ja da spielen. Benne, bist du immer bereit, oder? Dann können wir ja noch eine Runde alleine spielen. Jetzt ja noch... Warum hast du mir die Karton wieder rausgekramt? Achso, das stimmt. Ich hab da auch mal. Wobei, wo das denn der Karton ist? Ja, es gab Karton Reception. Wo ist eigentlich der andere? Da muss er noch einen haben. Was? Kann nicht sein, Jerry. Sorry. Wieviel Leben, wieviel hat er? 62 wahrscheinlich, Junge, ich hab ihm so viel gegeben, ne? Du hast ihm so viel Leben gegeben, das ist echt nicht mehr von dir. Hast du im Lager vorher gebaut, oder? Nein. Ach man. Außer wieder 6 Skills gehabt, weißt du. Hier, Folge der Schatzkarte aus Anarchy, wo ist denn das? Ich weiß, was es ist. Ich kann es dir zeigen, aber ich bin nicht voll drin. War das... Beim Junk ist es. Okay. Ich will das noch für die... für die 4000 dp. Für was anderes will ich es nicht. Weil ich muss noch eine Aufgabe fertig machen für 4000 dp. Ja läuft bei dir. Ja, ja. Mit... mit Kleingeld, oder was? Das wird, das wird, das wird, alles klar. Ja. Ja, holst du es in Euro-Stücken ab, oder was? Auch dann ist er nicht voll. Ne. 150 Euro in Euro-Stücken, gerollt. Das sind... Es sind... Ja, warte, es sind 25 pro Rolle. Wir rollen. Ne. Dann kommt der Rechenkünstler. Ich meine, wir schmeißen Lose rein. Meinst du, dann ist es deutlich weniger Platz? Ne, du hast dich jetzt nicht... Boah. Jetzt sind wir vier John Wicks. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann ist es immer... Dann freuen sie sich immer. Oh, wir haben die voll platt gemacht, ey. Noch eine Stufe, da komme ich auch mit als John Wicks, okay? Ja? Nice. Ich bin schon für 99, habe drei Sterne. Es ist noch sieben Sterne fehlen. Hast du die Herausforderungen alle fertig wahrscheinlich? Ja, eben. Heute Nacht, wenn die... Level Up, wenn ich fast... Heißt aber, bekomme ich zwei Sterne. Und dann heute Nacht noch die... Die Tagesauftragten haben. Dann habe ich... Ne, er hat drei Sterne. Ich habe... Ja? Ne, zwei bekommt man. Zwei bekomme ich. Pro Level. Wegen Battle Pass. Nein. Dann hat er fünf Sterne, ja. Dann fehlen noch fünf Sterne. Basti, also... Ne, fünf. Aber ich bin noch nicht... Ist er ja nicht. Ja. Oder? Er ist ja nicht an der Fünferstufe. Oder? Ja. Hast du das stimmt? Ja, aber das dauert aber lang. Was? Ich will heute noch 80, was? Ich weiß, wie ich mir noch den Schwarzen Ritter erspielt habe. Da habe ich... Ja, das weiß ich. Äh... 25.000 EP gemacht, oder sowas, am Abend? Ich weiß, ja. Äh, zieh mal durch, Jerry. Ja, das war krank. Dann du bist John Wick wie ich. Wenn wir den Gleiter haben, freu mich schon voll richtig gemacht. Die Aufgaben. Ja, die Aufgaben gehen derbe schnell. Ja. Spitz-Hockey und so. Easy. Ja, der Gleiter macht halt ein Autogeräusch. Oh, das ist übel schwer, ne? Also ich gehe eigentlich null Kills raus, immer. Ach so, ja. Ja... Hab ich übrigens gemacht, während er mit der Schrot auf mich geschossen hat. Und ich habe ihm bis zu null runtergehauen. Er hatte noch über 100... Ich habe blaues Leben weggehauen. Bin die ganze Zeit um ihn rumgelaufen und habe ihn nur gehackt. Na da da, ich musste Ratten und Dick nennen. Was musstest du? Hast du 18 Liter gepinkelt und 35 Zigaretten geraucht? Nein. Ach guck mal, was hat sich ihn doch freigescheitzt. Dann musst du Rudo-Mashes unter den letzten 10, Team-Mashes unter den letzten 3. Wie viel hast du gelegt? Also alles easy. Also 15 Euro. Dafür, dass du es morgen oder übermorgen sowieso wärst. Super. Okay. Amitya hat recht, Alter, die 900 V-Bucks behalte ich für den nächsten Battle Pass. Ja, wir werden uns auch keine Skins mehr holen, Basti. Wehe. Was los, du bist in der Zone? Wir können sogar hier hin. Die Zone kommt hier relativ langsam. Also... Also ich gehe... Warte... Ich gehe genau zu dem Haus da, zu dieser kleinen Hütte. Und dann gehe ich über den Wohnwagen da oben, über den Eiswagen oder was es ist, in den Häusern. 4 John Wick sind unterwegs. Ja, alle fliegen irgendwo hin. Die Elite-Killer. Werden dann gleich jeweils von einem Führerteam gefegt. Ich fliege zum Baum. Na ja, das müsste eigentlich klappen mit der Zone. Ich fliege zum Baum, 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 Baum. Und nur einer hat sich das erste Spiel. Ja, ja. Ja, ja. Eis, Eiswagen lass mal bitte. Da fliege ich, da glaube ich dann gleich rüber. Bis ich fertig bin, aus den beiden Häuser. Ja, genau. Hier ist nur eine Maschinenpistole. Bei dir ist schon ein Gegner wieder? Ja, Freund. Komm. Ich bin auf dem Weg, Maasie. Sie sieht gleich schon Rick und piste sich erst mal ein. Warte, Basti, ich komme zu dir. Wenn ich nicht unterwegs schon ein Adler mache. Ich werde von hinten geschossen. Na, wo ist der Basti von hinten? Der traut sich gleich nicht mehr. Wo ist er? Basti. Wo oben? Herzlich gut. Hoチ, er ist schon ein Basti. Ein Basti. Es ist schon ein Basti. Habe ihn gesehen. Ja. Es ist schon alles. Es wird nur ein Basti. Weiß er sein. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. ja ich habe keine kleines geben hier sind noch mal kleine die kann ich mitnehmen absoluten material ist belastend also wirklich null 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 muss man hier irgendwie baumhacken ach mein gott man hört die schritte er baut er baut wir brauchen also ich kann maschinenpistole drauf knatzen dann kannst du reingehen war mir klar ja komm die sind ich habe noch eine pamp siehst du was für schroten immer auf die linge das ist eine falle hast du da rechts im lkw ist noch kiste wenn immer die kiste was hier oben ist ich mag die blaue m4 ich habe die blaue m4 ich habe die blaue m4 ich habe die blaue m4 die häuser hier sind angelootet aber Zeit ich wollte schon ins haus reinlaufen und da ist eine falle vor uns ist lootrope auf 200 ich kann mir lieber den lootrope wenn hier keiner kommt ein bisschen peaken ich habe schon gesehen bmp granate hier ist ein schlürfi ohja papa mag hier kannst meine blaue m4 haben der andere steht hinter dem stein ganz dumm und einsam hinter mir ganz hinten am stein läuft da und ganz oben drauf ist auch noch einer scoper eher alter letzte waffe irgendwo rotes haus ist glaube ich noch einer rotes haus können wir pushen davor läuft einer siehst ihn der hinter uns ist grad gestorben gucken was der noch hatte planat werfer oh das wäre schön hast du nicht okay ja er hat auch nur sechs schuss egal egal push ne hier unten hier unten am haus ist einer der sitzt genau hier unten da oben macht mir mehr sorgen von wo wirft der von wo ich sehe es nicht rechts der pusht der pusht der baut wie ein großer hm hier ist noch einer ne da unten rechts in dem baum jo weg schnell looten zone lagerfeuer hier hatten äh schilder wären geil aber irgendwie gerade ausverkauft hab eine ja na komm lass da kleine schilder drin sein ja natürlich nicht 60er hit scheiße ich hab auch einen kassiert hab ich noch niedergestreckt mit dem revolver ja ach mach ich ich muss noch ich schau heißt ich schau ich weiß ich nicht das ist ich nicht kommt zu ja du musst mehrere machen also mehr als ein match ich glaube zehn matches oder so so sehen wir haben eine match mindestens eine eliminierung da steht aber jetzt 1 von 10 was hier steht nicht mehr mit aber ich sehe es nicht mehr was ich jetzt bekommen möchte kommt gleich wieder rein was für ff ich hoffe der hört das alles ja da siehst du ich könnte mal hallo sagen was habe ich dich rausgeschmissen? nein das kann ich sagen nein was? was? nein aber passt die kommt ja gleich rein ja besser ja habe ich schon ja echt pass auf hahaha Depp ja der geht immer das ist so ein Bug Patrick ich habe ein Video gesehen ne da hat einer bei WW2 auf Shipment 466 Kills gemacht ja auf Herrschaften und ist nur 21 mal gestorben ja wo wollen wir hin? hier unten NoName? das ist ein Schiff oder das oder das Nobby ist ein bisschen weit so aber unten NoName wo NoName? dann kommen wir zum Stuhl hoch NoName und Stuhl ne? ich sehe nur Wolken das ist auf die längste Einflugschneise ey angeblich soll ja bald eine neue Karte kommen das soll nur ein Minigame werden habe ich wieder gehört so wie das mit dem Fußballspiel ja einer geht zu Flasch glaube ich ja der der Astronaut na einige mehr sogar der ist sogar schon ziemlich tief der ist ein bisschen wirklich gewachsen vor dem oha ich gebe ne Waffe wenn sie nur die Möcke wird sie eine von euch bei mir hoch wahrscheinlich nicht ne? ja natürlich ich war safe drauf der ist am lkw, er belebt ihn wieder ja wo, da vorne ist er ich komm, ich komm ich bin hier da kennt er nix ich hole denis zurück da machst du schon, ah da oben bei E die Zone kommt auf der SW auf dem Dach ist er blaues Leben gerade Nasenbluten ja ich geh schon aber ihn will ich catchen bevor ich hier sterbe auch von hinten noch oder was nein nein ich sterbe in der Zone muss mich einer von euch gleich wiederbeleben bleib hier, bleib stehen oh hör auf nachzuladen du und dann müssen wir uns gleich dauerhaft wiederbeleben ne Diggi auf dem Weg zur Absolution und ja ja und weiter geht's ach so mir fällt grad auf ich hätte ein jump head aber jetzt auch egal jetzt belebe ich dir gleich wieder und dann ist gut achso wir kannst auch in die Zone kommen genau ja wir kleiner mal in die Zone und dann haben wir so eigentlich hallo na ich hab gleich jump head da können wir auch ja ja ich genieße das Wetter hier bisschen windiger Dennis schießt du da rum? nein da sniped einer oder was auch immer der ist glaub ich hab ein Lager vorher eingesammelt ne hab ich nicht scheiße er baut sich hoch er baut sich doppelte Treppe lass ihn lass ihn den muss gleich sein jump head ja ja wir können uns gleich deren jump head gönnen ja ja er fliegt wieder zurück er ist wieder auf seiner Plattform oben ja ja wenn die uns jetzt nicht kaputt schießen die schießen gleich die Dings ab ich fühl das ja ja da oben er schießt es ab er schießt es ab hm die bauen Base of N direkt vor uns auf dem Berg oben auf der Erhöhung äh Shifty sind zwei hmhm Shifty sind die beiden die weggesprungen sind ich komm zu dir ja sehr egal bist du da oben? hm andere ist drin boah zwei Stück er finisht mich alles klar meine kleinen Dreckskinder wie die Schroth einfach übertrieben ist man hm aber seit dem letzten Update erst ist hier bin im die nicht die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.